Das war einmal ein friedliches Land, voller Leben, Tradition und Freude. Ein Ort, an dem wir Geschichten unserer Ahnen teilten und sie von den Sternen über uns wachten. Bis zu jenen Tagen, als sie sich von uns abwandten. Das war einmal ein friedliches Land, bevor der Tod uns erreichte, vor Santa Blanca. Sie gaben uns die Wahl. Plata und Plomo. Nehmt das Silber oder nehmt das Blei. Unsere Rebellion versagte. Santa Blanca hatte das System bereits unterwandert. Uns wurde klar, der einzige Weg, unseren Feind zu stoppen, ist mit einem noch größeren Feind. Der einzige Weg, den Tod aufzuhalten, ist mit einem Ghost. Es war immer die Closed Beta am dritten Februar. Entdecke die Föberste der Mission.